Anfangsbuchstabe G Wir gucken hier gerade 9 Live Es geht um 10.000 Taken Mit 13 Buchstaben Ja Entschuldigung Mein Laptop hat sich gerade selbstständig gemacht Bitte? Mein Laptop hat sich gerade selbstständig gemacht Ach so Schau mal was ich mit G H 30 Ist er da? Aber der deutsche Staat dann auch oder wie? Ja Warum? Ich weiß nicht, es gibt was wie Groningen oder sowas Haben ja alle nicht 13 Buchstaben 13 oder 14 Ja also Das wurde hier so angegeben Ich lebe das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Das ist aber Die haben sogar noch mehr Es gibt nur eine Lösung dafür Ja ja, das glaube ich Das ist nur Das ist auch nicht zu tun Dann muss ich das ja erstmal irgendwie auflisten Oder finden Das ist irgendwie Alle Städte mit G Da haben die keine weiteren Hinweise gegeben? Nein So Hier haben wir nochmal welche Kleinen Moment mal G, G, G Wo ist das hier? Aber das ist zusammengesetzt Weil manchmal gibt es ja auch gegen den anderen Brenz oder sowas Ne, das ist sowas ist auch nicht Nein, das ist alles zusammengesetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sind das Ne, das kann es auch nicht sein Groß Breitenbach Moment mal Das sind 1, 2, 3, 4 Hört auch wieder mehr Das hat nur 12 Ich muss die alle mal durchzählen Weil es steht ja hier keine Zahl hinter Das lässt Monday Da ist sowas Es holen Wurde Mehr Nee Oder matters Oder 7, 7, 8, 9, 10, 11 Na die 2 scored Gunsnerhausen 5 8, 7, 9, 10 Sie sehen auch wieder nur zwölf Gräsenhainichen, aber ich glaube, die haben wieder zu viel. Also ich könnte Ihnen alles sagen, was hier für Buchstaben querbeet sitzt. Ja, das haben Sie mal. Was haben Sie denn für querbeet? Also, es fängt an mit einem R-E-E-I-C-K-L-G-N-H-E-S-N. Also G und dann kommt irgendwann der W-Richard oder wie? Also es fängt mit einem G an, also die Buchstaben sind hier querbeet gesetzt. Ja. Ich habe Ihnen gerade mal von links nach rechts vorgelesen. Ja, aber durcheinander sind die oder wie? Ja, durcheinander. Ja, ja. Was ist mit G-Rollstein? G-Rollstein hat ja nicht so viele Buchstaben. Nee, G-Rollstein... Drei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Die haben das neun. Geht nicht. Das muss ein längeres sein. Gelsenkirchen nochmal. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Moment mal, warte. Gelsenkirchen kann es ja sein. Zwei, vier, sechs, acht. G-Rollstein kann nicht sein. Oder ein D oder T zwischenkommt. Das haben wir da nicht. Also Gelsenkirchen wäre schon mal ein Ort der 13-Buchstaben machen. Aber da ist ja das R nicht dabei. Wie bitte? Da ist ja kein R dabei, ne? Gelsenkirchen ist ein Ort zum Beispiel der 13... Da ist ein R dabei. Bei uns auf dem Display ist ein R. Ach, da ist ein R. Dann kann es ja das auch nicht sein. Drei E sind drin im Wort. Mit drei E's. Und zwei N's. Mit zwei N's. Zwei N, oh Gott. Ja, also es sind ein R, dreimal E, zweimal N. Ja, aber wissen Sie, wie viele Leute es mit G gibt? Also das ist Wahnsinn in Deutschland. Ja. Ja. Greves-Mühlen kann es auch nicht sein. Hat ja kein Doppel-N. Doch, hat er. Ich hatte auf dem Display zwei N's. Ja, ich meine, die Orte, die ich hier sehe, die gehe ich ja gerade mal so durch. Laut gedankt. Nur 139. Also es müsste so lang sein wie Gelsenkirchen. Zweimal 4. Kann auch nicht sein. Gerade liegen ist es auch nicht. Gander ist ein Doppel-M und er wäre auch dabei. Nee, kann auch nicht sein. Doppel-N wie Nordpol sollte es sein, ne? Ja. So könnte die. Ja, da kann man wirklich alle durchgehen. Da brauchen wir Eke, ich weiß nicht, dass wir das haben. 24.000 Euro möglich. Bitte nicht mitspielen, wenn es nicht 18 Jahre oder 11 Jahre alt ist. Und ich meine, in den Umständen einander. Ein komisches Stück ist ein Fischchen, die Eltern, die sind nicht. Was denn? Kelsenkirchen kann nicht angehen. Kelsenkirchen hat nur 12. Dann gibt es ja nochmal Geilenkirchen. Geilenkirchen? Geilen... Aber die haben auch 13. Ne. Aber das sind zwei N drin, aber kein R. Das kannst du ja auch nicht. Ja. Das ist ja typisch. Ich habe erst auf Recklinghausen getippt, aber... Da ist schon mit R. Ja, Recklinghausen hat ja R am Anfang. Eben. Ja, hier Rollshofen haben wir nochmal. Moment, ziehen wir mal durch. 2, 4, 6, 8. Mal 11. Laden, da kannst du eigentlich nicht mehr sein. Rolfsburg auch nicht. Hm? Rolfs-Krona. Kannst auch nicht sein, hat keine Doppel-N. Da ist kein Öl dabei. Da ist kein Öl dabei. Kann man lange suchen. Mache ich beim Leichten mitmachen. Moment mal zwei, vier, sechs, acht. Ne, die haben auch nur elf. Gräbenbräuche haben wir noch einmal. Da sind ja auch wieder nur ein End drin. Und ist dann wenigstens der zweite Buchstabe oder der letzte ist oder so? Ne, im Moment nicht. Richtig. Tut mir leid also. Ich habe alle Orte die mit G anfangen in Deutschland. Vor mir. Und da haben die sich gesagt, ich habe jetzt Bundeslacht oder so? Ne, oben steht, welche deutsche Stadt suchen wir. Ja. Das sind jetzt 48.000 möglich. Gelsenkirchen ohne Klappe. Da sind drei E's drin. Also als ihr was gefassen könnt, ist eigentlich nur Gelsenkirchen so, ne? Aber da ist ihn kann er dabei. Doch, bei Gelsenkirchen ist ja ein er dabei. Bei N auch. Ja, aber wie viel Buchstaben hat sie es? Na, 13. Gelsenkirchen. Ja, der nächste ist da. Ja, dann ruf an. Alles gleich, danke Ihnen. Tschüss. Ruf an, ruf an. 10.000 Euro sicher ey, komm an ey. Geh durch. Hier ist Leitung 31. Wir haben ein tolles Angebot für Sie. Aua! Hier ist Leitung 34. Wir haben ein... Ah, 4-30. Dass Sie bei 9 live sind. Und hier ist Leitung 19. Wir haben ein tolles Angebot für Sie. Was soll? Dass Sie bei 9 live sind. Und hier ist Leitung 53. Wir haben... Das sind wir auch immer durchgekommen. Bei Alida. Bei Alida noch nicht. Schön, dass Sie bei 9 live sind. Und hier ist Leitung 26. Wir haben ein... 10.000 Euro Sicherheiten. Genau, die Forschung bezahlt. Und hier ist Leitung 19. Wir haben... Schön, dass Sie bei 9 live sind. Und hier ist Leitung 3. Wir haben... Und bei meinem Arsch, um zu kummeln. Und hier ist Leitung... Und hier ist Leitung 23.